Du hast doch sonst nichts dagegen, wenn Freddy mit mir ausgeht. Natürlich nicht. Freddy ist wie eine Kerze. Der muss immer ausgehen. Kassionsfrucht. Ja, die musste bestimmt viel leiden, bevor sie gepflückt wurde. Und Freddy ist jemand, der nichts anbrennen lässt. Ja, warum denn auch? Dann die quäcks doch nicht mehr. Arschbombe! Bist du denn auch spielrituell? Nein, nein, nein. Ich bin Anti-Alkoholiker. Und warum ist denn hier so gereizt die Stimmung? Das kommt schon mal vor. Da hilft nur Zähne hoch und den Kopf zusammenbeißen. Gelegenheit macht Liebe. Auf drei! Drei! Auf! Du darfst doch meine Möpfe anfassen. Du hast Bunde? Du musst jetzt aus meinem Schuh ein Gesetze bringen. Ach, bist du so blöd? Das ist doch ekelig. Schönen guten Morgen. Danke schön. Gut, dass du keine Satane an hast. Hallo. Wo schläf ich? Geh doch zu Hause, du besoffene Schabracke. Also ab jetzt nur noch... Harte Eier! Applaus